Wir sind sehr froh über Feedback, über den Hashtag Hashtag C3T auf Twitter oder über E-Mail An Hello C3 Lingo oder Dork Wir fangen gleich an Anna Müller ist ein deutscher Bioinformatik-Technologie-Mensch Sie ist aber auch eine Podcasterin, eine Bloggerin und eine Science-Slimmerin Sie sagt etwas, das sehr interessant ist für mich als ein Privatsphären-Aktivist Sie sagt, Genome Sequencing gibt uns die Möglichkeiten für biologische und medizinische Anwendungen Aber mit Problemen in Ethik und Privatsphäre Bitte einen ordentlichen Applaus für Sie Ja, hallo und hallo zu meinem Talk über genetische Codes und was sie uns sagen Ihr bemerkt vielleicht, dass es ein bisschen anderer Code ist, als der, den ihr eigentlich kennt Also möchte ich am Anfang erstmal mich vorstellen und wer bin ich und warum bin ich hier Okay, ich mach's kurz Ich bin ein Biologe, ich hab mein PhD in der Krebsforschung gemacht Und deswegen wird mein Talk, deswegen müssen wir davon ein bisschen beeinflusst sein Ich mach Podcasts, ich mach Podcasts und Poetry Slams Aber was sich Menschen vielleicht fragen ist, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Ihr erinnert mich an den CCC von vor ein paar Jahren Die haben den Fingerabdruck von Wolfgang Schäuble geklaut Weil er wollte den Fingerabdruck von jedem von uns auf unsere IDs, auf unsere Ausweise packen Und vielleicht ist euch aufgefallen, das letzte Mal, als ihr euren Ausweis als Verlänger habt, dass es passiert Damals war ich in Schottland und hab dort einen Kurs in Forensik gemacht Und das ist prinzipiell von mir an einer Fake-Mordstelle Und mir ist aufgefallen, dass wenn man das Glas von jemandem nimmt, aus dem sie trinken und du nimmst den Fingerabdruck Kannst du auch den genetischen Fingerabdruck nehmen und ehrlich gesagt ist das ganze Genom von jemandem da drin Okay, um kurz zusammenzufassen, wo man genetische Informationen finden kann Du kannst sie eigentlich überall finden Du kannst es auf deinen toten, abgestorbenen, abgefallenen Hautzellen Auf Blut, im Urin, im Sperma, in deinen Haaren, in deinem Blut, überall finden Wir verteilen es die ganze Zeit Das ist auf deiner Zahnbürste, auf deiner normalen Bürste, auf deiner Tastatur, auf deinem Telefon oder anderen persönlichen Gegenständen Auf deinen benutzten Kondomen oder an anderen Personen Es ist auch, wenn du jemanden zum Beispiel kratzt, dann hast du deren DNA Auf deren Haare, wenn sie irgendwie mit dir in Kontakt treten, wenn du sie anfasst oder so Oder eben auch, wie bei Wolfgang Schäuble auf dem Glas oder auf irgendwelchen Papieren, die du anleckst, um sie als Briefe zu schließen, auf deinen Zigaretten Und natürlich auch ein Teil von deiner DNA Und das ist sehr wichtig, ist bei deinen Verwandten Weil ihr teilt euch eure genetische Informationen zu einem gewissen Grad Also um die wichtigen Informationen kurz die Namen einzuführen Genetischer Fingerabdruck gibt keine wirklichen Informationen über dich Außer dein biologisches Geschlecht und der Rest der Informationen wird aber nicht viel sagen über die Person Aber es gibt dir die Möglichkeit, deine Verwandten zu finden, weil ihr teilt euch diese Informationen Und es gibt euch die Möglichkeit, andere Leute wiederzuerkennen Und das ist eine eindeutige Sequenz, also die ist individuell völlig nur einzigartig Ja, aber das gesamte Genom sequenziert, was heutzutage in der Wissenschaft häufiger vorkommt Kann man natürlich die ganzen Sachen des Fingerprints bekommen Aber halt auch die Ethnizität, irgendwelche Krankheiten Über das Aussehen der Leute kann man was in Erfahrung bringen, über deren Verwandte auch und so weiter Und wenn wir weiter forschen, wenn wir mehr Informationen erlangen, dann können wir noch viel mehr aus der DNA rausholen Und ähnlich wie der Fingerabdruck wird man auch in der Lage sein, Leute zu identifizieren, weil diese Sequenz ist auch wieder einzigartig Zwischen diesem Fingerabdruck und diesem ganzen Genom gibt es verschiedene Profile, die werden verschiedene Reichweiten haben Je nachdem, wie weit man schauen möchte, wie tief man schauen möchte eigentlich Und natürlich Menschen sagen, das ist sehr wichtige Information Die Leute sagen, das menschliche Genom wird die letztendliche Grenze in der Biologie sein Weil das ist unser Programmcode, das macht uns uns, also macht uns zu uns Also haben sie das Human Genome Project angefangen Und haben gesagt, wenn wir all das sequenzieren, also die gesamte DNA Dann werden wir in der Lage sein, den Heiligen Graal zu erlangen Und sie haben erwartet, 100.000 Gene zu finden Bill Gates hat gesagt, das würde die Sprache sein, in der Gott das Leben erschaffen hat Das war ein großes Ziel, das man erreichen wollte Und dann haben sie festgestellt, dass es nur so ungefähr 19.000 bis 20.000 Gene gibt Dir ist es ungefähr dieselbe Größe wie irgendwelche Würmer Und ungefähr viermal so viel wie die Bakterien in deinem Bauch Und der Führer vom Projekt, Greg Venture, dessen Genom sequenziert wurde, hat gesagt Wir haben keine Ahnung Wir haben keine Ahnung, was es bedeutet Und um mehr herauszufinden, müssen wir einfach noch mehr Gene sequenzieren Und das macht Sinn Denn wenn man die Antworten in der DNA finden möchte, dann muss man sie vergleichen miteinander Und da gibt es verschiedene Projekte für Zum Beispiel das 1.000 Genome Project Das 10.000 Autism Genome Project Das 100.000 Genome Project Aus Großbritannien Und das 1.000.000 Genome Project In den USA Aber es gibt noch andere zum Beispiel das Cancer, also das Krebs Genome Project Und natürlich geht es auch um personalisierte Medizin Denn wenn du deine DNA vergleichst und dann spezielle Behandlungen abhängig von deiner DNA bekommst Das wird natürlich nicht alle Fragen, die wir haben, beantworten Denn DNA ist deutlich mehr über die Regulation als um den tatsächlichen Code Denn unsere DNA ist reguliert in der Art und Weise, wie sie mehr beweglich ist Und wie sie besser auf Situationen reagieren kann Denn eigentlich ist unsere DNA statisch, also fest Aber die Art und Weise, wie sie reguliert wird, macht uns sehr adaptiv Und dann gibt es dann was anderes Denn wie ich gesagt habe, DNA ist ein Code Es ist ähnlich wie dein Code, den du schreibst, wenn du ein Programm entwickelst Aber wie der Benutzer es benutzt, das Programm Es kann eine sehr große Varietät haben in sich Du wirst zum Beispiel finden, dass Obwohl die Information in Menschen ähnlich ist, schaut sie in der Person selbst anders aus Um euch eine kurze Vorstellung darüber zu geben, wie diese Interaktionen aussehen Das hier sind die Produkte aus dem Genom Oder zumindest ein paar aus den Produkten Die heißen Proteine Und die kommunizieren miteinander Und tauschen Informationen aus Und wir haben herausgefunden, dass sie all diese Interaktionen untereinander haben Und die interagieren untereinander Und das ist eine sehr komplexe Angelegenheit Aber DNA-Forschung hat trotzdem ihren Sinn Sie wird uns mit sehr hochwertigen Informationen versorgen Aber die Frage ist, für wen wird sie so wertvoll sein? Es könnte zum Beispiel benutzt werden Bei allen spezifischen Tests Denn es wird die ganze Zeit günstiger Und es würde uns die Möglichkeit geben Spezielle Gene oder ganze Bevölkerungsgruppen zu erforschen Also auch irgendwelche genetischen Krankheiten oder Krebs Irgendwelche Risiken, die wir in unserer DNA haben Ein kleiner Exkurs Ihr könnt zum Beispiel auch spezielle Einzelgenkrankheiten untersuchen Ihr findet die dann in dem Genom der Person Und diese Person wird dann sehr wahrscheinlich diese Krankheit haben Wenn sie dieses Gen hat Es gibt ein paar seltene Fälle, wo das nicht der Fall ist Aber die sind sehr selten Diese Single Gene Diseases Also Gene auf einem Gen Es gibt aber auch ein paar Krebsgene Das sind Gene, die wir alle haben Aber wenn die mutiert sind Dann werden die sehr wahrscheinlich zu Krebs In sehr jungen Jahren führen Zum Beispiel, wenn ihr euch Angelina Jolie anschaut Sie hat ein Krebsgen in sich Das dazu führen würde, dass sie Brustkrebs bekommen würde Und deswegen hat sie ihre Brust entfernen lassen Und das existiert auch für verschiedene andere Krebsarten Es gibt auch verschiedene Syndrome Die eher dazu neigen, Krebs zu entwickeln Aber die sind auch eher selten Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass in der westlichen Hemisphäre Wir von zwei hauptsächlichen Erkrankungen sterben Das eine ist eine Herz-Kreislauf-Erkrankung Und das andere ist Krebs Und wenn man darüber nachdenkt Wenn man keinen Krebs bekommt Es ist relativ langweilig Du musst einen gesunden Lebensstil führen Du musst aufpassen Also du darfst nicht rauchen Du darfst nicht trinken Du musst fit bleiben Also Sport machen Du darfst nicht zu viel essen Du musst Radioaktivität vermeiden Du musst UV-Strahlung vermeiden Weil du solltest nicht in die Sonne gehen Weil die macht deine Zellen kaputt Und du musst auch deine Screenings Also deine Untersuchungen Bei deinem Doktor regelmäßig machen Aber sogar wenn du alles machst Kann Krebs nach dem Erwanderer Pecher sein Und bringt sich trotzdem um Und wenn du es nicht bekommst Das bedeutet dann nur Dass du nicht bei irgendwas anderem Bereits davor gestorben bist Denn Krebs ist eine Krankheit Die kommt mit dem Alter Und es wird immer wahrscheinlicher Sie zu bekommen Je älter man wird Genetische Risikofaktoren Spielen dann wirklich eine kleine Rolle Um ehrlich zu sein Aber jetzt lasst uns Über die privaten Unternehmen Die Gene sequenzieren Ihr habt vielleicht Von 23andMe gehört Was ein Test ist Der dich auf Krankheiten Und auf deine Herkunft testet Sie sequenzieren über 500 Sequenzen In deiner DNA Es gibt da eine ähnliche Firma Die heißt Ancestry Die einfach nur deine Abstammungen anschauen Und dann gibt es da Ingenia.com Das ist dein Surname Project Das deine DNA vergleicht Mit der von In der männlichen Linie Mit dem letzten Namen Also mit einem Familiennamen Wir haben auch Unternehmen Die komplette Sequenzen Sequenzieren Zum Beispiel hier Gene by Gene Oder Gordium Full Genome Corporation Weil ihr müsst euch klar sein Dass diese Unternehmen Eine große Menge Informationen Gespeichert haben Und das ist zwar alles Sicher und okay Weil in den USA Hat man regelmäßig gesehen Dass die Regierung Privatsphäre sichert Und das wird sich natürlich Unter dem neuen Präsidenten Auch nicht verändern Sicher nicht Aber bereits in 2010 Hat Kashmir Hill Eine Autorin Etwas über Genome Hackers Geschrieben Wo sie eine Menge Sicht in die Zukunft Erwiesen hat Und ich werde hier Kurz ein Zitat machen Wenn Gentests Mehr normal werden Steigt die Wahrscheinlichkeit Für das Ausnutzen davon Die Bank Wird dir vielleicht Ein Angebot machen Dass sie Dein Dass sie dir Dass sie dir Ein Haus bezahlen Wenn du ihnen Deine DNA gibst Sie werden vielleicht Von deinen Sorry Ja und Was ist dann Die Grenze Also Was sollten Die Strafverfolgungsbehörden Dürfen Wenn sie Wenn sie Wenn sie glauben Dass Vielleicht irgendwo Ein Match Zu einer Zu einem Tatort Hergestellt werden kann Ja und ich glaube Das ist Das ist Ein Bereich Der gerade Erst an Bedeutung Belangt Weil es Super wichtig Ist Und Ja man ist halt Nicht klar Was die Grenzen Sind Was die Bürokraten Dann damit machen Dürfen Und was nicht Und es ist So ein Spannungsfeld Zwischen Privatsphäre Aktivisten Und dem Guten Was man auch mit der DNA Machen könnte Und Ja dann Kurze Zeit Später Ist dann auch Das was Passiert ist Also 23 In Me In Ancestry Wurden öfter Gefragt Von Von den Strafverfolgungsbehörden Dass sie Dass sie Datenbanken halt Datenbanken Den Den Polizisten Übergeben Sollten Und sie haben Das auch schon Mindestens fünfmal getan Es gibt zum Beispiel Einen Fall Was nicht 23 In Me War Sondern Ein anderes Aber es war Ein Filmemacher Und es war Quasi ein Eingeschlafener Fall Der nicht gelöst Werden konnte Und es gab DNA auf dem Mordopfer Und sie haben Das dann Mit diesem Mit diesem Tat Mit einer Freiwilligen Y-Kommosoren Datenbank Verglichen Und haben dann Gesehen Dass das Opfer Mit jemandem Aus der Datenbank Verwandt war Und dann Und diese Person Hatte einen Sohn Und dann Haben sie Gesagt Okay Dann testen Wir den Sohn Und sie Haben festgestellt Dass der Filmmacher Osury Also sie haben ihn getestet Und dann Haben sie Gesehen Dass die gesamte DNA Nicht Passt Und er Wurde Freigesprochen Und Ein Statement Vom Privatsphäre Officer Von 23andme Zeigt Wo wir Hinkommen werden Denn sie Sagte In einem Fall Wo wir Von der Regierung Dafür Dazu gezwungen Werden Die Information Weiterzugeben Werden wir Dem Kunden Nicht Darüber Bescheid Geben Weil Sonst Würden Wir Uns Nicht An Gesetze Halten Also Wenn Eure DNA So Interessant Wird In einem Fall Dann Sagen Sie Vielleicht Aber Vielleicht Auch Nicht Und Dann Dann Ich Hab Nichts Zu Verstecken Argument Es Wird Alles sicher In Ordnung Sein Am Ende Bitte Erinnert Euch Immer Daran Dass Es So Sachen Wie Extra platzierte Beweisstücke Geben Kann Und Es Es Relativ Einfach Deine Genetischen Informationen An An Mordstelle Abzulegen Und Es Könnte Beweise Geben Die Einfach Nur Dadurch Zu Dir Weisen Weil Du Dort Arbeitest Oder So Und Erinnert Dich Mal Den Heilbronn Phantom Fall Wo Sie Die DNA Von Personen In Mehreren Fällen Gefunden Haben Die Komplett Nicht Damit Verbunden Dann Hat sich Später Festgestellt Dass Die Frau In Den Röhrchen War Die Sie Benutzt Haben Um Die Beweise Zu Untersuchen Denn Die Frau Die Diese Dinger Hergestellt Hat Die Hat Sie Ja Alle Damit Kontaminiert Mit ihrer DNA Wie Ihr Euch Vielleicht Erinnert Wird Das Zu Eine Menge Verwirrung Geführt In Der Kriminal Investigations Szene Geführt Und Wenn Ihr Darüber Nachdenkt Dass Daten Das Neue Öl Sind Für Diese Unternehmen Wir Verkaufen Die ganze Zeit Unsere DNA Unternehmen Das Was Natürlich Nur Verforschung Sie Haben Das Mit 1,2 Millionen Menschen gemacht Die Die Jetzt Alle In ihrer DNA Haben Für Parkinson Forschung Zum Beispiel Es Gibt Noch Eine Menge Mehr Deals Die Geplant Sind In Die Richtung Mit 23 and me Und Anna Vajotik Von 23 and me Hat gesagt Ich möchte Die ganze Welt Ermöglichen Diese Daten zu Benutzen Aber Natürlich Haben Sie Ein Dokument Das Man Unterschreiben Muss Wo Man Zustimmt Dass Sie Die Daten Benutzen Dürfen Die Leute Denken Natürlich Wenn Leute Wenn Man Meine DNA Benutzt Um Damit Forschung Zu Machen Die Denken Das Ist Okay Aber Sie Haben Keine Ahnung Wo Sie Da Wirklich Hinkommen Und Das ist Das Wo Ich Dahin Kommen Möchte Über Genetische Sequenzen Und Privatsphäre Zu Sprechen Wir Müssen Darüber Nachdenken Für Wen Ist So Eine DNA Interessant Zum Beispiel Der 23 3&Me Test Ist Ein Mail In Test Du Könnt Also Die DNA Von Jemand Anderem Einsenden Und Dann Könntest Du Diese Andere Person Testen Auf Ihre DNA Und Das Könnte Ein Möglicher Partner Sein Mit Dem Du Kinder Machen Möchtest Oder Vielleicht Auch Nicht Wenn Er Spät Stirbt Oder Wenn Er Früh Stirbt Oder Deine Familienmitglieder Wenn Du Möchtest Ob Deine Kinder Wirklich Deine Kinder Sind Zum Beispiel Oder Ob Du Adoptiert Worden Bist Versicherungsveranstaltungen Versicherungen Sind Sehr Interessiert Daran Also Leute Die Den Job Geben Können Sind Vielleicht Daran Interessiert Deine Verwandten Oder Deine Eltern Oder Die Eltern Deiner Partner Oder So Und Wer Weiß Wer Ist Noch Alles Interessiert Dass Wenn Mehr Informationen Bekannt Werden Und Der Preis Ist Relativ Günstig Das Kostet 200 Dollar Bei 23andMe Der Preis Für Ein Ganzes Genom Ist Bis Jetzt Unter 1000 Dollar Und Der Preis Will Sich Weiter Absenken Und Wir sollten Deswegen Sehr Skeptisch Sein Über Die Zukunft Zum Beispiel 23andMe Blogs Bloggt Sehr offen Darüber Was sie Tun Sie Haben Einen Mann Zu Seinem Biologischen Vater Gebracht Also Die Beiden Zusammen Geführt Aber Das War Nicht Weil Der Vater Seine DNA Eingeführt Hat Es War Weil Sein Cousin Die DNA Eingegeben Hat Also Wurde Jemand Getestet Von 23andMe Und 23andMe Hat Gesagt Und Hier Ist Dein Cousin Und Er Hat Gedacht So Was Dann Könnte Der Ja Vielleicht Auch Meinen Vater Kennen Und Dann Hat Er Danach Gesucht Und ihn Gefunden Und Es Ist Sehr Interessant Dass Zum Beispiel Religion Eine Frau War Immer In dem Jüdischen Glauben Interessiert Und Dann Hat Sie Irgendwann Festgestellt Durch 23andMe Dass Sie Mit Einem Jüdischen Stamm Verwandt Ist Und Heutzutage Ist Diese Information Einfach Eine Information Die Uns Nicht Betrifft Aber Überlegt Euch Was passiert Wenn Diese Informationen 70 80 Jahre Früher Verfügbar gewesen Wären Und Noch Ein Beispiel Könnte Das System Der Indischen Kasten Sein Also Das Kastensystem Ist eigentlich Verboten Aber Wenn Du Ein Traditionalist Bist Dann Könntest Du Immer Noch Leute Testen Und Sie Je nach Kastenzugehörigkeit Diskriminieren Und Das Nächste Beispiel Das Auch Dieses Jahr passiert Ist In Kuwait Wo Der Plan Ist An Der Grenze Tests Durchzuführen Und Natürlich Sagen Sie Das Ist Gegen Terrorismus Das Ist Jetzt Nicht Wirklich Sinnvoll Weil Man Muss Es Ja Auch Irgendwie Vergleichen Und Es Gibt Ja Jetzt Nicht Die Terror DNA Oder Das Terror Gen Das Der Wirkliche Grund Könnte Sein Dass Man Die Nicht Kuwaitis Draußen Hält Weil Zum Beispiel Nomaden Beduinen Und So Haben Die Sie Nicht Wirklich Mögen Und Dann Vielleicht Raushalten Wollen Und Sie Können Auch Familienmitglieder Testen Um Zu Wissen Wer Jetzt Wer Den Entsprechenden Glaubensregeln Und so Gefolgt Ist Und Wer Nicht Wenn Ich Mich Mit meinem Talk Beschäftigt Hab Und Den Vorbereitet Habe Hat Jemand Sein Sein Ganzes Genom Segenzieren Lassen Und Dann Dann Hat Er Eine Festplatte Bekommen Und Das Ganze Genom War Darauf Verschlüsselt Und Mit TrueCrypt Und wir Wissen Jetzt Zwar Dass Es Wahrscheinlich Nicht Wirklich Sicher Sicher Aber Wir Müssen Sehen Ja Es Kann Nützlich Sein Aber Es Kann Auch Gegen Uns Benutzt Werden Und Es Natürlich Relevant Für Die Forschung Und Viele Genome Werden Für Forschungszwecke Gelagert Und Zum Beispiel David Goldstein Hat Gesagt Es Gibt So So Ein Drang Dazu Immer Mehr Genetische Informationen Sammeln Und Die Alle Sequenziert Werden Aber Die Frage Ist Nur Wer Es Macht Und Was Damit passiert Und Das Problem Ist Dann Was Man Wie Man Das Macht Und Die Um Wirklich Was Machen Zu Wollen Muss Man Die Daten Dann Noch Teilen Und Man Muss Sie Vergleichen Das heißt Ja Das Ist Ein Problem Das Auch Ethisch Richtig zu Machen Und Google Genomics Die Möchten Dir Helfen Mit Back Data Ansätzen Also Ist Es Wert Es Kann Auf jeden Fall Wert Haben Für Spezielle Fälle Für Das Behandeln Von Krankheiten Oder Auch In 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 Mit Für Eine Individuelle Person Sind Genetische Tests Sicher Nicht So Oft Notwendig Außer Deinen Arzt Empfiehlst Dir Vielleicht Aber Du musst Dir Überlegen Ob Deine Vergangenheit Wirklich So Wichtig Ist Für Dich Und Du musst Dir Im Hinterkopf Behalten Es Ist Nicht Nur Deine Information Es Ist Auch Die Information Von Deinen Verwandten Und Deinen Kindern Zum Beispiel Möchtest Du Wirklich Wissen Was Die Tests Dir Sagen Wenn Da Drin Steht Dass Du Irgende Krankheit Hast Die Nicht Behandelt Werden Kann Willst Du Das Wissen Und Außerdem Du Kannst Deine DNA Nicht Verändern Wenn Sie Rauskommt Dann Ist Sie Für Immer Draußen Du Kannst Sie Nicht Verändern Es Wird Immer Dasselbe Sein Und Du Wirst Immer Wieder Wieder Gefunden Werden Also Ich Möchte Euch Allen Für Aufmerksamkeit Bedanken Ich Hoffe Ihr Habt Noch Ein Paar Fragen Vielen Danke Für Den Talk Wir Haben Sechs Mikrofone Hier Unten Also Falls Ihr Eine Frage Habt Stellt Die Mikrofone Und Wir Haben Noch Ein Bisschen Zeit Eine Frage Bei Nummer Zwei Vielen Dank Für Den Talk Und Die Infos Achso Hi Du hast Über Das Problem gesprochen Dass Leute Ihre Gendaten Für Die Wissenschaft Teilen Wollen Aber Es Ist Dann Nicht Sicher Was Die Konsequenzen Sind Könnte Man Könnte Man Das Vielleicht Dadurch Lösen Dass Man Alles Public Domain Macht Das Dad 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 Lösen Also Public Domain Of All Genomes Das Wäre Vielleicht So Eine Post Privacy Lösung Also Ich glaube Das Löst Es Nicht Wirklich Das Ist Funktioniert Weil Das Dann Müsste Man Ja Für Alle Leute Auf Der Welt Diese Entscheidung Treffen Und Dank Für Die Frage Jetzt Eine Frage Aus Im Internet Wenn Du Deine DNA Nicht An Firmen Geben Möchtest Gibt Es Die Möglichkeit Diese Tests Zuhause Auszuführen Also Das Test Der DNA Wird Mit 23 Me Gemacht Aber Du Kannst Verweigern Dass Informationen Geteilt Wären Und Dann Müsstest Du Hoffen Dass Sie Es Auch Tun Aber Aber Ich Weiß Nicht Ob Du Dann Ob Auslandlich Vielleicht Noch Für Polizeidistigation Vielleicht Doch Noch Wieder Raus Kommt Also Zuhause Machen Ist Wahrscheinlich Ziemlich Schwer Weil Die Sequencing Maschinen Sehr Teuer Sind Und Auch Sehr Schwer Zu Benutzen Aber Es Gab Die Überlegung Es Mit Dem Handy Zu Machen Mit einem Sehr Kleinen Gerät Halt Aber Ich Glaube Nicht Dass Es Bereits Verfügbar Ist Eine Andere Frage Von Nummer Drei Hallo Aus Deinem Experten Standpunkt Bist Du In einer Datenbank Für Knochenmark Transplantation Und Ja Bin Ich Und Ich Hab Das Gemacht Wenn Ich 16 War Und Ich Hab Da Jetzt Nicht Über Nach Gedacht Die Nehmen Wahrscheinlich Nicht Dein Ganz Genetisches Material Und Sie Haben Vielleicht Auch Schon Das Blut Was Ich Gegeben Hab Noch Irgendwo Gelagert Also Können Sie Sie Können Theoretisch Da Noch Sachen Mitmachen Die Ich Nicht Nachvollziehen Kann Also Und Meine Genetischen Daten Dafür Testen Ich Bin Auch Ein Blutspender Also Mein Blut Ist Auch Irgendwo Gelagert Und Hast Du Vielleicht Darüber Nachgedacht Deinen Eintrag Zurück Zu Ziehen Ja Ich glaube Ich Könnte Das Machen Aber Solange Ich Weiß Dass Sie wirklich Mein Genom Raus Nehmen Sondern Solange Sie Nur Die Daten Über Meine Knochenmark Speichern Dann Glaube Ich Das Es Hoffe Ich Halt Dass Es Was Gutes Tut Und Sie Haben Jetzt Nicht Als Information Mein Ganzes Genisches Material Aber Sie Haben Natürlich Das Die Probe Noch Irgendwo Gelagert Glaubst Du Dass Diese Studien Benutzt Werden Von Unternehmen So wie Blut geben Also wenn wir Blut Geben Ob die Unternehmen Das Dann auch Machen Also wenn Die Das Geheim Machen Weiß Ich Nicht Also das Ist Eine Sehr Schwere Frage Um Sie Zu Beantworten Aber Es Wäre Möglich Besonders In Regimen Wo Es Keine Demokratie Gibt Zum Beispiel Aber Ich Bin Mir Nicht Sicher Ob Das Passiert Denn Ich Habe Diese Information Nicht Eine Andere Frage Von Nummer Zwei Hallo Ich glaube es gab ein Projekt Das Anstatt mit Vielen Gen Sequenzen Versucht Hat Mit Mit Einer Gen Mit Einer Kleinen Gen Sequenz Gearbeitet Hat Und Das Hat Dann Das Privatsphäre Problem Gelöst Also Weil Sie Dann Nur Auf Die Unterschiede Schauen Also Es Gibt Ein Format Das Nur Auf Unterschiede Und Zwischen Genomen Zwischen Genischen Sequenzen Schaut Also Das Delta Quasi Aber Das Gibt einem Dann Nur Das Was Nicht Normal Ist Also Um Ein Wahrscheinlichkeits Wort Zu Benutzen Also Es Ist Mehr Komprimierte Information Davon Was Dich Auf Dein Was Dein Genischen Code Definiert Okay Das War Die Letzte Frage Wir Haben Keine Zeit Mehr Aber Damit Kommen Wir Verabschiedung Wir Bedanken Uns Für T You Bis zum nächsten Mal.